So, da bin ich wieder zurück. Es gibt wieder neue kostenlose Icon, äh doch, Emoticons. Ich hasse diesen Namen. Kann man nicht einen anderen Namen dafür finden? Also kurz und knapp, ich zeige euch das Ganze gerade. Ich habe eben schon versucht, das freizuschalten, aber es dauert anscheinend. Ihr seht schon 16 Punkte gemacht von 35, aber es reicht eigentlich einem einzigen Punkt, nämlich, wir sehen schon, ja, haben wir das schon. So, nämlich hier steht, du hast folgende Belohnung verdient, kosmetisches Emoticon zu Hause im Spiel. Das ist, weil ich schon einen Kill hatte, aber ist noch nicht im Spiel angekommen, habt ihr ja gesehen. Dann morgen gibt es halt das Emoticon. Dann an Tag 3, komm, spring, komm, gibt es das Emoticon. Dann Tag 4 gibt es das. An Tag 5 können wir nochmal alle freischalten, die wir noch nicht hatten, falls ihr irgendjemand nicht bekommen habt. Und am 6, also wenn ihr alles dann freigeschaltet habt, bekommt ihr auch die Lackierung plus natürlich die Laterne. Aber, wie gesagt, ist nur ein kurzes Infovideo. Ihr müsst einfach nur ganz normale Kills machen, zumindest heute, was morgen die Sache ist. Kann ich nicht genau sagen. Wir gucken mal gerade Statistik öffnen. Ne, ist genau das. Und mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn ja, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln und vergesst nicht, benutzt den Fortnite-Tracker. Ohne Quatsch, sucht euch Fortnite-Tracker, loggt euch ein, so wie ich. Dann seht ihr hier, wie ich, alle Statistiken. Jetzt in der Season 15 Wins geholt, Platz 10.000. Also ich weiß nicht, wie ihr immer so spielt, aber bei mir ist es immer wichtig, wenn ich irgendwo ein Ziel habe, ich sage jetzt einfach mal, unter die Top 10.000 kommen, noch einen Sieg holen und so. Also macht halt schon Spaß. Dann noch hier diese Ranger-Geschichte gibt es auch für Squats und Doos. Trios spiele ich ja sowieso nicht. Von daher, wer Bock hat, kann ich das gerne mal angucken. Ist kein Placement oder sonst was. Ist einfach nur für euch unterwegs. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.